Hallo Leute, ich bin Maria Thener und ich gehe jetzt auf Friedrichstraße, weil ich muss der S-Bahn nach Lichtenberg nehmen. Und heute ist leider mein letztes Tag in Berlin. Schade, ich wünsche, dass ich lange bleiben konnte. Ja, wir sind gerade in der Nähe der Humboldt-Universität und ich habe diese Uni studiert und mein Kurs war ganz, ganz gut. Und ich mache ein Video bei, den ich meinen Kurs beschreibe und dieses Sommer-Uni-Kurs beschreibe. Und so, ja, da gibt es die Universität Bibliothek. Man kann es nicht gut sehen. Aber ja, und neu, Sammy Deluxe. Cool, ah, ich habe einen S-Bahn gekickt und ich war nicht dort. Also, ja, hoffentlich, ich soll es schon, ähm, ausgekommen haben. Aber ich habe es nicht gesehen. So, schade. Ähm, ja, okay, na, ich wollte nur Hallo zu sagen. Ja, und, ähm, na, wenn man nach Berlin kommt und, ähm, leere Straße sehen möchte, bitte geh unter den Linden am Sonntag, Sonntag am Morgen. Weil niemand geht bis ab der Straße, wenn es 9 Uhr am Morgen ist. Ähm, weil das habe ich gemacht. Ähm, ja, okay, so, ich bin jetzt in der Dorthinstraße und, na, fast dort. So, ähm, bis bald, bitte vergesst nicht zum Abonnieren und ich wünsche euch einen sehr guten Sommer. Tschüss!